Nochmal drauf drücken, ok, er nimmt auf, so, ich mach schnell die Mütten anschauen, hier hin, was sehe ich, 165 Meter, ich hoffe, ich hoffe es, Was ist das da, alles raus, ach, das ist die alte, geschafft, zum Glück, So, jetzt müssen wir hier hinfahren erstmal, da gehen wir jetzt hin, noch und dann, wollen wir uns noch das gucken, wo willst du, komm her, komm schon, komm schon, zeig dich ruhig, , komm schon, clink im disciplin, dichFilm,бév-, und dann服lion, jetzt brechen, crypto, wt ne pantallaachu, jetzt haben wir noch einer, Äh, machst du mein Zug kaputt oder was? Ja, fahr ich halt weiter. Oh, Drecksi. Alter, Biophry sind jetzt noch. Scheiße, Alter, ohne Witz. Wie ich jetzt längst hier Schrott ausgeben muss. Dummeer Sau. Aber zum Glück hat ich so viel Schrott. Zum Glück hat ich so viel Schrott. Jetzt bin ich hier schaun. Scheiße hier. X Level 13. 13 Schrott. Laden. Wird nicht. Nehmen wir nochmal Tempo. So. Okay, wo sind wir denn jetzt hin? Äh, sind ja ziemlich... Ah, da. Da oben. Das geht schon. Jetzt fahren wir wieder zurück. Auf jeden Fall. Ja. Ganz ruhig, komm, du Kackvieh. Mach dich zunichte. Ja. Ja. Da oben. Ah. Ja. 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 Ja, vielrais. Mal schauen, ich muss hier die Weiche dann umschalten. 500 Meter noch. Zack dann eigentlich, es hat Feuer repariert. Jetzt müssen wir den Zug anhalten. Ach quatsch, ist doch noch gar nicht so weit. Nur noch ein Stückchen. Nein, falsche Richtung. Ich fahr jetzt da mit dem Zug durch die Gegend, richtig fein. So, stopp. Schau es dir an, genau, perfekt. Wir wollen wieder lila sein. Wir wollen wieder lila sein und wir fahren mit dem Zug durch die Gegend. So. So, zum Beispiel. Hier, das Zeichen, zack. Und dann geht's los. Zu denen müssen wir nicht, da ist eins weiter. Ok, halt. Aber in der Scheune war ich ja schon. Warum sollte ich jetzt hier nochmal her? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Die Scheune haben wir doch alles geholt. Und dann haben wir doch alles auch gelesen. Und so. Und verstehe jetzt nicht, was ich jetzt hier. Wo bin ich jetzt schon wieder reingebackt, Alter? Gut, jetzt geht's. Schrott gefunden, sieben von neun. Ach so. Da ist ja immer Schrott. Da ist ja immer Schrott. Da haben wir eigentlich alles geholt gehabt hier, anscheinend. Ach, da liegt auch noch ein Schrott. Ok. Jetzt haben wir alle so ein Schrott da rausgeholt. Das wusste ich gar nicht, dass ich das vergessen habe. Oh. Laps. Erledigt. Gut. Dann fahren wir jetzt zu ihr. Und dann laufen wir wieder rüber zu ihrem Gurkensalat. Und dann ist Feierabend für heute. Dass das Spielen geht. Morgen geht's dann weiter. Ganz easy peasy. Schmiesi. Schmiesi. Schmulz. Schmald. 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 Schwupp. Äh. Was ist mein Zug? Ah. Thomas, mein Zug. Ich komme. Tjo-Tjo. Thomas, ich komme. Hallo, Thomas. Let's go, Thomas. War für mich, Thomas. Die ist Schrott. da muss ich ja zu kagmine da noch mal auf also ich bin der schaffner da karte bitte du nix schaffner du lutscher dhuli gut man muss jetzt da hoch ich habe ja jetzt ein niedrisch ich hoffe ich krieg jetzt nicht den affen jetzt hier ich hoffe dazu kommt jetzt nicht und die paar metern schaffst du auch noch etwas packst du Jetzt kriegt sie ihre Gurken endlich. Ach komm, jetzt leck mich doch halt an. So, Alter was? Jetzt zieht sie zusammen hier. Was ist los? Hallo? So jetzt. Warum? Ich habe das Gefühl ich will gar nicht drücken, aber ich drücke. Kennt ihr das? Also manchmal Matschkopf, Alter. Bruder muss los. Hallo? Ja, am besten hier oben drücken. Da unten drücken. Was für ein Scheiß. Ganz hinterländisch, Junge da. Was ist das für ein Kack? Jede Trübe ist jetzt perfekt aufgemacht. Jetzt habe ich ihre Gurken, Alter. Gurken habe ich gesammelt. Ich habe Gurken gesammelt. So. Ist nichts mehr drin? Ich bin drin hier. Okay. Das heißt, ich muss zu ihr zurück. Hamburgs Scheiß hier kommt. So schnell ist es möglich. Attacke. Ich habe schon. Was ist das für ein lautes, ekelhaftes Geräusch, was da gerade kommt? Jetzt will ich mir meine Belohnung ab. Komm her, Süße. Du bist bis jetzt die Hübscheste hier. Ah, küss mich. Das ist so ein Schatten. Das ist so eine Scheiße. Bin ich jetzt durch die Genke zogen? So eine Scheiße bin ich wirklich durch die Genke zogen. Nur damit sie Gurken hat. Hier hat auch nicht mehr alle Gurken am Zaun. Ah. Blatsch jetzt mal schnitt zumindest. Mal gucken, was da los ist. So. Dann machen wir nämlich spechern. Und dann was sind wir heute? Wie wäre Schott haben wir denn jetzt? 34 hat es mir nur gegeben. Ist ja auch nicht wirklich viel. Dann müssen wir einmal hoch gehen. So. Ich denke, ich gehe davon aus. Das ist die Besteuerung. Auf die ganzen Audi. Passt alles. Und dann werden wir jetzt beenden, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall. Also das Spiel hier. Das Spiel. Also ich nehme nebenbei auf. Für YouTuber. Also. Tschüss YouTube.